Nordduell in der ausverkauften EWE-Arena. Pedro Cayes, selbst zwei Jahre lang Trainer in Hamburg, jetzt mit Oldenburg gegen seinen ehemaligen Assistenztrainer. Benka Waloschki und die Hamburg Towers am vergangenen Wochenende mit dem Sieg gegen Ludwigsburg schieben sich auf Platz 10 näher Richtung Playoffs und haben einen guten Start. Badjewa, der auf 12 Punkte in der ersten Halbzeit kommt, sich dann leicht verletzt, bringt die Hamburger zunächst einmal in Führung. Aber dann fängt Oldenburg an zu treffen. Schormann, der eine starke Partie bietet mit dem 3er-Bänker Waloschki, sieht, dass die EWE-Baskets anfangen, besser und schneller zu Punkten zu kommen. Hier klasse abgespielt, wieder Schormann, der am Ende 17 Punkte vermutet. Das Ganze beim 8 von 14 aus dem Feld. Schormann ja ehemaliger Hamburger. Die Towers bleiben aber dran im zweiten Viertel, weil sie Aljami Durham haben und viele Freiwürfe verwandeln. 21 gibt es bis zur Pause für die Towers, die damit in Reichweite bleiben. Aber zusehends müssen sie Oldenburg davonziehen lassen, denn Gino Crandell hat einen Sahnetag. Er trifft auch gegen taffe Verteidigung, kommt im zweiten Viertel auf 19 Punkte. Am Ende sind es satte 34 für Crandell und Oldenburg kommt aus der Pause mit noch etwas mehr Energie. Selten, dass Hamburg mal so trifft. Neben Durham, der auf 22 Punkte kommt, ist Vincent King. Der Topscorer, 21 für ihn. Oldenburg aber hat immer wieder die etwas leichteren Abschlüsse verteidigt. Auch Taffer hier die einfachen zwei für Williams. Und das Team von Pedro Cayes setzt sich ab. 32 zu 19 geht das Viertel an die Oldenburger. Die, ja nach vier Siegen in Folge, richtig gut in Schuss sind. Mit dieser klasse Pass von Dwayne Russell. Neun Assists für ihn am Ende. Wieder eine starke Leistung. Und dann die 100 vollgemacht durch Schormann. Am Ende ist es ein 107 zu 92 für die EWE Baskets. Fünfter Sieg in Folge und natürlich vor allem ein bärenstarker Gino Crandell, der alles trifft. Um, you know, I think once you see a few shots go in, you kind of start feeling it and you read the way the defense is guarding. And they were trying to go under a lot of wall screens, excuse me. And, you know, it just kind of opened up the game for me to line them up and get that separation to have open looks. Um, I feel like the intensity of the game kind of got us out of whack a little bit in the third quarter. They came out with a lot of energy and I felt like we needed to match that. They got a big lead in the third and I feel like that's where we got to be better at, for sure.